moin meine lieben bootster was geht ich bin es wieder euer flying uhr freund ihr wisst ja immer schön um 19 uhr noch mal eine alte gute retro folge freunde heute starten wir mal mit super contra super sie wie auch immer im kürze genannt allerdings freunde kenne ich dieses spiel als pro protector das so die euro version davon das habe ich extremst gerne früher gespielt pro protector 2 war das dann aber glaube ich so war das und ja liegen wir doch mal hier los so meine boots auf geht's player 1 natürlich man kann auch zu zweit spielen damals pro protector freunde war eine richtig geile zeit mit meinem kumpel allerdings habe ich da nichts mehr in erinnerung und da kommen wir auch schon mal gleich zum thema freunde da kommt auch immer hier verschiedene waffen so zeigt ja da kommt man kann sie ganze springt ja da kommen wir zum thema wollte ich sagen man muss hier konzentrierbar spielen von den letzten super mario bros 3 folge ich habe mich mal folge ich habe mich mal schon tot gelacht in den kommentaren freuen da war ein klug scheißer mit bei das glaube ich habe lange nicht mehr so erlebt zum beispiel da gab es waren dann ja die weißen blöcke die man ja in die hand nehmen konnte und ich wusste das nicht mehr und viele so ja ich dachte du wärst nintendo fan oder ein super mario fan so viel scheinste gar nichts zu sein wenn du das nicht mehr weiß freunde ich habe mich tot gelacht ich muss sagen ich bin 30 freunde das spiel habe ich damals mit fünf gespielt ich weiß nicht wie ihr wie alt ihr seid aber freunde mit fünf jahren da hat man so eine solche kleinigkeiten nicht mehr in erinnerung wisst ihr was ich meine da dachte ich so ist das euer ernst da liegt so ein fucking möchte gern sniper mit seiner murmelschuss aktion ja mann hashtag murmel ab hier mal in die kommentare freunde kommen weiter geht's area 1 das wollte ich nun mal sagen ich dachte ist das euer ernst was für ein pussys sind da teilweise beigelesen ich meine das video hat immer eine gute bewertung weil ihr mögt die folgen und so aber da waren so kommentare wo ich so geht ja was los was willst du jetzt so weißt du war das so der neid weil ich die vga's im schrank hat und derjenige nicht so da war dann echt ja wie kannst du sowas nicht mehr wissen so ein fan bist du ja gar nicht so weil ihr wisst ja ich bin so mario fan und so ich habe mich tot gelacht und ja was habe ich jetzt noch neues bekommen gar nichts aber egal freunde positive energie hier im video soll ich mal los werden ich wollte eigentlich nur sagen freunde mit fünf kann ich nicht mehr so viele sind erinnerungen haben danach kam dann auch schon die super nintendo von mir aber ich habe das spiel früh gesuchtet wie gesagt mit fünf so damit das thema auch abgabe ich muss sagen weil ich liess ja eure kommentare freund und sowas dann geht mir nicht ich werde jetzt mal hier weit kommen ich kann mich auch in den mann kann man noch erinnern bei pro protector damals jetzt kriege ich so ein schuss müllwaffe wie langsam er denn auch ist der kasse seine fähigkeiten sind glaube ich auch besser oder weiß ich gar nicht das wird da nur eingebildet das sind richtig geile spielfreunde gewesen pro protector also ich kenne es halt als pro protector ah nein die kack handgranate hat nicht freundes ist schlecht wir müssen uns erstmal konzentrieren komm ich mach jetzt so so geil auf supersonic digga oh god und jetzt auch für die klugscheißer so ich dachte du bist ein nintendo fan wieso kannst du das spiel nicht ja also auf der kommentare war ich das wo ich dachte leute was ist los die haben sich darüber aufgeregt dass ich nicht mehr wusste dass man bei super mario boss 3 was ich welt 4 oder so weil ich bleib hier kurz stehen auch mann ey konzentrier dich das ist doch auf jeden fall dachte ich so das kann ich auch ja ernst sein das war's ey krass man kriegt ein paar mal so ein continue ding dass man noch mal chancen hat dass man nicht ganz game over ist wir sind immer level 1 weitergekommen alter was ist los also motorradhelm aufgabe oder was war das freundes fucking sau schwer wirklich ist gar nicht mehr so leicht wenn wir es damals hinbekommen so eine scheiße so eine schlechte gestorung nicht mehr gewohnt oder was naja geht nicht tot dahin mann jetzt gebe ich gas hey leute jetzt gebe ich gas oh mann nein hey ey ey das fick deinen arschloch du fuhr an digga echt ja komm jetzt lass mich noch mal sterben ja genau du fotze alter der ruf gesehen auf sollte man kann auch immer zurück wenn du so noch so einen raum hinten hast auch geil digga nein granaten aua die kommen einfach so aus dem haus auf kam ist immer richtig nice guck mal oder ein level müsste doch wenigstens schaffen Das wiederholt sich auch ständig. Guckt euch das an. Ey! Nein! Freunde, das ist so scheiße schwer. Was ist denn hier los? Es ist fucking, fucking schwer. So, meine Bootser. Ich schwöre, es ist die letzte Runde, da muss er jetzt mal ein Level. Wie haben wir das denn damals hingekriegt? Das geht ja gar nicht. Das ist ja... Ich könnte jetzt auf Krampf speichern immer, wenn ich weit gekommen bin. Das geht schon wieder los. Ey! Ich freue mich schon wieder auf Klugscheiße-Kommentare. Wieso kannst du das Spiel nicht mehr? Ich dachte, du bist Fan. Dreh dich um. Ey, du sollst dich... Ich muss dich bücken und nicht so schräg nach unten schießen, Mann. Ah, ey, ey, ey. Was? Ey, was ist... Leute, ich komm nicht weiter. Das kann... Das akzeptiere ich nicht. Das geht nicht. Ja. Nein, noch, ey. Schüsse. Dieser Hurensohn. Diese Kack-Kanate, ne? Was schwörst du denn? Jetzt hab ich mein Item verloren. Alles. Auch wenn das Spiel ist, ist es schön aggressiv. Pff. Hey, was ist das denn, Alter? Freunde, erklärt mir das. Warum ist das so schwer? Das kann... Hey! Nee, das geht mir grad nicht aus dem Kopf. Das ist doch krank, Alter. Hä? Das kann ich nicht akzeptieren, Freunde. Das fällt mir schwer. Ich kann den Scheiß nicht so akzeptieren. Ja, Freunde. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ich bin nicht weit gekommen, Mann. Fuck you, Alter. In diesem Sinne, Freunde. Hashtag End in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Super Contra!